Hallo Leute, Collectors and Trappers all over the world. Dieses Fahrrad habe ich für 15 Euro gekauft und es einem Clean-Up unterzogen. Der ehemalige Besitzer hatte eine Tarnlackierung aufgetragen, weil er dachte, man würde ihm dieses Rad klauen. Aber wer klaut heute noch ein Fahrrad ohne E-Motor? Ich habe die Tarnlackierung entfernt und zum Vorschein kam ein Kettler-Aluminium-Fahrrad mit einer 7-Gang-Nabenschaltung aus der Winzer-Edition mit einer richtig geilen Lackierung. Die 7-Gang-Fichl- und Sachs-Nabenschaltung funktionierte problemlos. Der schwarze Lack ließ sich gut entfernen und ich denke, das Resultat kann sich sehen lassen. und die 7-Gang-Fichl- und Sachs-Nabenschaltung aus der Winzer-Edition mit einer Betriebe auf dem Fall fonctionsteil mit einer Geringe F-Mensure-All-Nabenschung und Sachs-Nabenschung. Sollte die 10-Gang-Fichl-Aber-Bel-Einition mit einer Geringe F-Mensure-All-Durch hungt und schwarz mit einem St.Gk. Und jetzt bin ich. Sollte die 17-Gang-Fichl-Aber-Mensure-All-Nabenschung. Und jetzt bin ich. Und die 9-Gang-Fichl-Aber-Menschung.